Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, meine Freunde. Rohmilchkäse wieder mal am Start. Genau. Okay, und diesmal mit der MP7 Laser Markierer. Habe ich auch dabei. Also wird diese Runde nicht so fail verlaufen? Vielleicht. Und Chaos Moshpit. Mal gucken, Stand Off. Scheiße, wir nehmen das jetzt einfach. Alter, lecken die Eier. Wisst ihr was? Äh, scheiße, ich habe hier keine Option, von wegen stumm schalten. Aber ich kann die Spieler einzeln stumm schalten. Alter, war ich jetzt auch. Boah, wir haben ja noch einen in unserem Team hier, den Ezio. Oder wer auch immer. Ich habe jetzt alles stumm geschalten. Oh Mann. Stand Off, wie findest du die Map? Ja, die ist eigentlich ganz in Ordnung. Die geht noch klar. Oh, geht so nah. Es gibt schlechtere Map. Ich glaube, ich habe hier noch nie eine gute Runde gerissen. Stark. Hier hätten wir auch snipen können, gut. Oh. Oben in das Haus gebunkert. Na ja, snipern schon, aber gut. Ich will es nicht. Wo sind denn die ganzen Gegner? Ach, keine Ahnung. Die sind noch alle am Joinen, außer einer. Alter, Mann. Aber ich habe einen Killed schon und einen Toti. Eieieie. Ah, ich habe immer noch diese scheiß Pointstreaks dabei, die... ... niedrigen die. Boah, da kommt einer von hinten. Einfach mal alle weggefickt. Mama, geil, Junge. Drei Kills am Start. Mutti. Mama. Oh ja. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist, Kollege. Das weiß ich genau. Das wird mich überraschen, also. Interessant. Boah, Alter, Vater. Boah, wie viel der aushält, ey. Wie viel der geschluckt hat, ey. Hitmarker ging nur noch an. Bam, 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 bam. Ja, wie ihre Mütter. Ah, Friedenstifter. Sie meiner Start, Kollege. Alter. Okay, hier. Hinterdrohne nähert sich. Hunterkiller. Hinterkiller Drohne eingesetzt. Oh, man. Oh, man. Preacher. Verbündete Drohne nähert sich. Ladung platziert. Ach, das ist ja ein anderer Modus. Nicht mehr hier. Teamdeckmatch mäßig oder so. Wunder. Da war ja was. No. Ja, klar. Nur Hits. Hitsmarker. Hitsmarker. Was? Oh, genau. Wie er mich durch die Baggerschausche getötet. Haftgranate. Hunterkiller Drohne eingesetzt. Die Bombe ist da. Oh, Mann, ey. Die Bombe ist schon wieder gelegt. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Alter, diese Bouncing-Bettys. Die Bettys. Ja, die Nerven. Oh, ja. Ladungen schärfen. Und ich bin echt gut. Oder doch nicht. Oh, Basti. Das ist ein Abschuss. Die Runde ist ja gleich vorbei. Oh, die Runde ist ja gleich vorbei. Alter, da killt mich so ein verfickter Blitzschlag. Und jetzt noch so eine Dinge ins Hellstorm-Kacke. 14,5. 5,6. Ach, der ist okay. Guck mal, der ist auf Carlo. Erstmal killen hier. Hammer, gell, Junge? Mhm. Aber schön auf sein Head. Ein bisschen nach rechts. Immer noch weiter nach rechts, ja. Und dann kam die Hälfte zum Grakete. Oh, Mann, ey. Sprengkommando. Ziel ausschalten. Ach, jeder hat jetzt hier eine Bombe? Hammergeil. Ja, Sprengkommando. Geiler Shit. Sprengladungen, zuerst! Pass, Renate! Alter, gut. Bewegung! Halt, diese Hunter-Killer-Irgendwatt-Kack-Drohne, ey. Mann. Boah. Geht total auf die Eier. Ich will Bombe legen, Bombe legen, Bombe legen, Bombe legen. Punkte, nein! Da ist jemand aufs Dach, ey! Oh! Ich geh den mal holen. Alter. Oh, Mann, und dann kommt einer von der Seite. Oh, ich hasse es. Wenn man am Klettern ist, dann ist man so hilflos. Ah. Es sollte so ein Perk geben, wo man die F-Taste vergewaltigen muss, damit die... ...Semtex-Halt weggeht, irgendwie. Oh. Nur am Snipern. Und besonders am Harz gucken. Ja, pass ihn. Komm, leg die Scheiße, leg die Kiste, leg die Kiste, leg, 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 leg! Mama! Mama! Oh, ja! Oh. Oh, relax, du HD. Alter, da dachte ich, so wirklich, die spawnen da irgendwie alle, aber nee, glaub nicht. Haben meine Bombe schon wieder entschärft, gell? Der Scheiß. Oh, meine aber auch direkt wieder entschärft. Alter, da holt er mich wirklich weg. Bombe gelegt. Mama. Mama, Bombe gelegt. Alter, ey. Dieser Löwenherz, ne? Meine Fassung. Mama. Nein, aus, jetzt Platz. Ja, klar, ey. Ich fange so extra noch an, Feuer zu schießen bei dieser Untenstift, oder wie die Waffe heißt, ne? Die geht so über dermaßen krank ab, ey. Erinnert mich irgendwie an dieses geile Pay-to-Win-Prinzip. Ey, ist doch wahr. Oh, und eine Konter drunter rausgehauen. Mama. Oh, toll. Komm, explodiert jetzt aber. Ein Schlüssel. Ich hab das, hab ich gelegt. Ja, hab ich gelegt, glaub ich. Ja. Irgendwas hab ich auf jeden Fall gelegt. Oh, und dann einer von links. Alter, diese Bouncing-Betty. Oh. Boah, Bombe explodiert, Bombe explodiert. Irgendwas. Hammergeil. 23, 12. Schöne Ding. Und gewonnen. 15, 13. Nicht so schön. Was ist denn das für eine Tarnung? Hammergeil. Oh, was für ein Quickscaper. Benutzt du eigentlich auch eine Tarnung, so Waffentarnung? Nö, gar nicht. Ich auch nicht. Operation abgeschlossen. Gut gemacht. Ah ja, ist jetzt komplett die Runde vorbei? Mhm. Okay, wir sind bei neun Minuten grad, ich würd sagen. Nö, wir lassen das dabei. Eine komplette Runde, passt schon. Dann werde ich erst mal diesen Part, ja, beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer wieder hier, ne? Genau. Tschö. Ciao.